hallo ich hoffe ihr seid noch da ich weiß nicht was passiert ist ich weiß nur durch meinen pc neu gestartet habe und jetzt ist der ton wieder gab also der stream ist noch nicht da also ich bin laden mal die seite neu eventuell gute neuigkeiten ich habe den gummi gefunden kein kontext und ich bräuchte noch hier ja das ist schon mal hier bitteschön ist noch jemand hier ich habe noch auf das das problem ist egal was war der ton wurde nicht manuell ausgeschaltet an ob es wahrscheinlich wurde am pc ausgeschaltet da ist hier aber wo sind die anderen hier jetzt 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 ok ok jetzt habe ich wieder konfidenz dass es gut wird jetzt habe ich konfidenz ok ist auch wieder da bohr die leute das ist so unangenehm wenn die erwart ist die hat die party hat gerade angefangen cool kaputt der laner da kostet nur gefühlt mehr als ich hatte nie ein ich dachte die erklärung kommt automatisch ich weiß nicht was ich nicht kurz an tar hatte das ganze ist auch okay dass lustig gott gut zu damit ich fertig essen kann kein problem du kannst auch ersten genau sie minuten und Was gibt's denn Keks? Ja, es würde auch interessieren. Shuffle, Events und an. Und da können wir anfangen. Oder spielen wir mit Lilla. Lilla, Lilla. Blue Kirby ist Best Kirby. Lilla. Das ist nicht Smash. Nein, grün Kirby ist Best Kirby in Melee, aber dann gab es ihn nicht mehr. Blue Kirby ist Best Kirby. Aber das ist nicht Smash. Und wer hat Platte greift dann auf Kirby's Funpack Tutorials, sag ich mal. Ich bin auf dem unteren Bildschirm zur Erklärung. Ich habe hier auch gerade so einen Moment. Was stimmt hier nicht? Ich steuere das nicht. Laugen Topf mit Käse und Suppe. Die zwei Leute, die nicht wissen, was Kirby Arbeit ist. Wir machen Kisten kaputt. Sammeln Power-Ups. Es ist quasi der eine Modus von 3DS, den niemand gespielt hat. Äh, ich habe ihn gespielt. Der hat sogar bei der Zeit von Wii U. Das ist wahr, schätze ich. Das ist Mavic, man. Der Switch bleibt erst auf der Switch. Ich hatte gehofft, der kommt auf der Switch wieder. Fans Updates, das wahrscheinlich niemand interessiert. Okay. GX. Yay. Das klingt so, als würdest du es auf dem Emulator spielen. Nein, es läuft tatsächlich in meiner Wii. In meiner Wii und auf meiner Wii. Pass auf meine Wii herum. Pass auf meine Wii herum. Wie viele Cups habt ihr eben zur Auswahl? Drei. Drei. Drei, okay. Ich habe auch drei. Das heißt... Oh mein Gott, du hast nicht den Diamant Cup. Nicht den Diamant Cup. Dann klingt das vielleicht ein bisschen gemein, aber dann dreht mir dein Save-Fall auch nicht viel. Nee. Ich habe... Ich habe... Hm. Naum, naum, naum. Und Phoenix Edward Star. Hey, Phoenix, willkommen. Oh, Offense Down, durch so gut. Und Clurak schreibt, Meta Knight schwingt das Schwert und König Dtt besiegt. Was für ein Triumph ist das denn? Äh, ein guter Triumph. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mein... Ich habe noch nicht... DDD und Meta Knight freigeschaltet in dem Spiel. Ich habe es noch nie geschafft, die zu besiegen. Alter, warum liegt hier so viel so schön rum? Ich hatte... Ich hatte wirklich sehr viel freigeschaltet, aber es ist ein KW, aber dann ist meine Memory gerade korrupted und jetzt habe ich fast gar nichts mehr. Oh mein Gott. Horrorvorstellung einfach. Ja, ja. Und dann hatte ich keine Lust, das noch mal freizuschalten. Nee. Laugentopf mit Käse? Was ist ein Laugentopf? Das ist doch so ein... So Zeig oder so. Nein, das ist... Das ist sowas wie die Prezel, nur halt in Zopfform. Ah, ja gut, das macht Sinn. Und wenn man hier den lustigen Stern kaputt macht, kriegt man noch mehr Power-Ups. Oh. Aber so kann man ihn nicht kaputt machen. Okay. Okay. Irgendwann geht's nicht. Und macht ihr später nach, na, Kirby ist so froh, dass du was kannst, denn jetzt so großer Perl. Ja. Ich glaube, das ist der Text von diesem, von dem Mario-Lied. Ach so. Ach so. Jetzt verstehe ich. Eins. Zwei. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Es gibt Items. Es gibt Free Stuff. Okay. Let's go. Das Ding ist geöffnet. Und am Ende ist es. Es sind nur Äpfel. Es sind nur Äpfel. Es sind nur Äpfel, als ob ich mich um Äpfel schere. No Äpfel. Pudding. Ah. Jetzt sagt der Spoo und dann noch Ding. Oh, das war nicht so gut. Oh, dang. Ich will fern und flight und glide und charge. Hm, geil, mehr glide. Das Ding ist ja, ich habe das Gefühl, dass das hier die Memory Card ist, wo ich nicht alles freigeschaltet habe. Ich, also was heißt alles? Ich habe auch auf der anderen nie alles freigeschaltet. Ich glaube, ich habe mal andere Memory Card, wo ich mehr Zeug habe. Ich brauche eine neue Memory Card. Ich weiß nicht, wo die ist. Nein, ich will Turbo. Lass mich runter. Andererseits, ich will zum Vulkan. Sekunde. Schwer. Nein, nicht runter. Du kannst du nämlich viel eine Menge, aber nicht übertreiben. Was ich empfehlen kann, ist einfach, dass hier das Gewicht downgrades einsam wird, also das graue Zeug von den Gewichten. Ja, aber ich will ein Handy sein. Dann wird das nicht stark. Das nützt es aber nichts, wenn ein Wettbewerb wie zum Beispiel Hochflug und Weitflug dran kommt. Ich kann immer noch leben. Ich kann immer noch leben. Ich kann immer noch leben. Außerdem heavy ab. Das andere, das heavy down. Das graue. Ah. Es ist ein guter Dispenser hier. Oh, oh, grün, 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 grün sind alle meine Power. Turn. Turn. Glide. Oh, Ostern hat ein legendäres Teil. Glide to the left. Glide to the right. Glide to the right. Glide to the left. Oh, der isch. Flüge und Grün. Nein, 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 nein. Das sind ganz viele von den Grünen. Gib mir was von den Grünen Zeug. Doch nicht das grüne Zeug. Kirby, der ist süß. Ich kenn doch die englische Version davon, die irgendwann mal jemand gemacht hat. Die ist irgendwie nicht so gut, aber das muss sie auch nicht. nein aber es gibt nicht dafür okay also ich bin morgen es kann sein dass er dafür was freiescheibe ich weiß gar nicht was ich schlafe ich habe es gibt auch jedes mal ich meine das ist sowas das ist sowas gekriegt weil wenn du stehst während du während gegner nähe sind das darf ich auch ein okay ich darf das oh mein gott jetzt ich hab hören ich kenne das spiel ja ich bin ja ich bin ja ich weiß ich weiß es ist echt als ich mich schiebt man sagt Achieve! Ist doch vollkommen egal. Das wird mit CH geschrieben. Ja, aber sprich jetzt doch mal mit... Ich mit SCH. Mit TS also. Ja, lustig, Natter! Mit TS? Also Achievement? Nein, A-T-S-C-H. Achievement. Mit TS? Wie hat CH? Achievement. 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 Jetzt hast du so nach Hause. Aber es heißt auch... Aber es heißt auch Archive und nicht Archive. Ich finde es schade, dass man in dem Freerun-Modus verspielt... Ja, aber jetzt gehst du mit dem Archive rein! Und nicht... Aber ein Archive ist kein Achieve! Ach so, das Problem mit dem Achievement ist, es ist ein englisches Wort, deshalb. Wo Kazooie eben... war doch noch hier. Wo ist Kazooie? Eben war doch noch hier. Wo ist Kazooie? Und du kennst aber auch alles! Du kennst aber auch alles! Aber das Lied ist er! Ich mach die Regeln nicht! Ach so, du musst auf den Turbo plattern, musst du einmal drücken! Ich hab grad noch Plattnage überbrechst! Ach so! Wenn's weiter nichts ist! Alter! Blue Kirby! Komm zurück! Das ist Flatter! Der spielt halt nicht mit! Wo Kirby ist das Kirby! Flatter ist echt groß! Black, mein Kirby ist fett Kirby! Nur original! Oh mein Gott! Flatter hat einfach gewonnen! Was ist das? Hehehehe! Hey du! Alter! Du bist voll... Bonk! Erinner, ich glaub du warst doch erst rückwärts! Nein, nein, ich hab schon gewonnen! So! Also ich bin schon dritter geworden! Deswegen war knapp nicht nach finalen Spielen! Und Osborn ist einfach lahm! Wir waren beide einfach absolut scheiße und Flatter hat gewonnen! Aber das war super knapp! Schau doch mal! Ich hatte einfach das falsche Card! Fertig! Ich glaub... Noch eine Runde, ne? Ich glaub, der Jets sah also auch allgemein schneller als der Warpstar! Das Spiel ist halt einfach... Ganz ehrlich, selbst wenn ich in die Spiel nicht gewinne, ich bin einfach so... Okay, ich will noch eine Runde! Ich will noch eine Runde sammeln! Das ist Bonus! Ich glaub, die Abzeichen kommt einfach nicht auf YouTube fertig! Oh! Kein Körper, er wird auf YouTube! Haben wir doch schon einmal! Deshalb! Oh! Ich glaub, das ist mal alleine gespielt eine Zeit lang! Ja, da war ich doch... Aber Continuity! Oh, ich glaub, gegenseitig hat das auch erkannt! Das ist das Köpfe, was du allein gespielt hast, oder? Hm... Ja, genau! Das hab ich mal alleine gespielt! Ich mach grad Bäume kaputt! Seid gut zu Bäumen! Die Natur ist wichtig! Wir brauchen Bäume! Bums! 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 und ich bin gelöscht ich bin so super cool ja wieso ist dann gelöscht erkennt doktor mario als blick ach weil ein punkt drin ist ja gut aber interessant er zeigt die links an man kann sie halt nicht anklicken das stimmt ich habe links deaktiviert für den fall dass jemand für den fall dass ein bot kommt aber ich bin halt neu in der ganzen geschichte und möchte vorsichtig sein und daher tut es mir leid wenn ich mal mehr sachen sperre als eigentlich nötig naja du bist einfach nur ein leerzeichen zwischen dem punkt und ja genau das ging auch ich mag keine punkte eben weil punkte links beinhalten punkte und ich kann tatsächlich leben dass der doktor mario steht also oh gott hilfe over charge nicht nicht sterben das war so schnell dass ich mich verschluckt habe an meinen reißbettchen mit schaden um es wie das ist kein spiel das ist gleich gleich zu der left lie to the right d kris cross und super lolly dass die falsche musik die 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 stadt im feuer sagen je weiter zu bewegen kannst dass du besser das heißt gleich ist es ein gleitfahrzeug auswahl hat einen wo ist die gleitpasta zwei gefunden ist das nicht der abheben wenn du wenn du ein abhebst der beste das ist eigentlich mehr der ringen star ist das blaue das was er hat ist das ding wird super schnell wenn der chat star wenn er von rampen abspringt dann kriegt dann kein turbo ich muss gucken wo der ist ich glaube ich habe eine vermute wo der versteckt ist stell dir einfach vor du findest den grunen jetzt so das werde ich bis heute eigentlich heute freige schraftfrag kicks keine ahnung 21 uhr war ein von sich ich würde sagen 21 uhr weil dann bin ich auch weg ja stimmt 21 uhr ist wieder gut haben wir dafür die ganze woche gestreamt es hat super viel spaß gemacht gerade nur dass ich immer Urlaub haben kann aber es war auch ein bisschen nervenaufreibend alles ich habe bestimmt ein paar graue haare bekommen das heißt austin kann sich jetzt heilen und den scheinwerfen wie ja die halt einfach mehr tun sie nicht dann liegt hier nicht okay ich glaube ich wirklich selten was hier liegt manchmal der flieger stern kleider aber auch nicht kannst du schon bist aber nicht halb keks ich sehe schon was sie meinen ich habe mich wirklich ich habe mich zu stark aufgeregt oh ich sehe da was sind dann meine müden äuglein besser als nichts oh nein meine power na jetzt hat er in er auch in schätzt und jetzt fliegt und aus wenn hat dragoon freigeschaltet aber das ding fliegt nicht so gut nicht auch cool hat war ein tichtheit war nicht das ding wirklich gut wie ich immer wieder nach oben geschleudert langsam langsam wenn austin sehr viel greit gesammelt hat dann ist dann ist halt auch schon gut im fliegen und gott wo ist meine flugmaschine heiter ist halt auch eingriffstark da kommt schon mit einer ducati zu beschützen er werde ddd angegriffen ach du scheiße ich sehe du hast viel spaß mit musik okay das wagen der konnte gar nicht fliegen oder wenn ich keine maschine habe kriegt dann eine gestellt ja okay ich krieg jetzt ein mini stern und das war mir klar dass high jump kommt ich habe wow und die anderen haben wir nur zu zweit warum hast du die spiele deaktiviert ich hab sie nicht deaktiviert aber dann müssen wir sie einfach nur deaktivieren äh wieder aktivieren tschüssi da sehen wir uns wir sehen uns auf der anderen seite ja was soll man dazu noch sagen oh mein gott hat es im pop geklippt wie ich viele geslämt habe okay ich hab's geklippt ich gebe einfach auf ich oh heidra oh heidra oh ich komme gar nicht hoch sie muss nach unten gedrückt halten ich weiß ich dachte ich habe nicht gemerkt dass es nicht in der luft war sondern irgendwie mit dem boden so geblieben beides okay wo sind die anderen die sind nicht dass du nicht einmal weiter geschafft hast oder was was habe ich schon keine Sorgen probisch jetzt sind die hier es gibt auch ein Achievements wenn man Hydra und Tragot in einer Runde freischall ist das habe ich sogar schon geschafft warum ist die machine beschädigt wir haben schon längst angefangen oder wir haben gerade erst angefangen ich hab keine Ahnung oh da gibt es ein Turn wir haben mit dem Turntable wie oh hier ist ein Turnt Spin Charge 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 ich bin in Charge hier du erklärt dass du das abc sagst abc abc ja ok hehehe bitte strepp ihn doch hehehe strepp ist doch nicht der Axe abc abc mit Pina a steht für aaaaaaaaaaaaaaa was für ne Scheiße ist das denn D steht für Pina Pina Badl Pina Badl Pina Badl Pina Badl Pina Badl D steht für Kopf das warst du gesagt D steht für das hast du gesagt wo ist eigentlich Hiddle hier Kriegsbapp und wieder da vielen fühlen Oh, die Kanone Kronen Punkte ich habe das gefühl dich wieder verpacktanie und posten entscheidet sich für den formel das da jetzt ist es sehr schnell werden ist aber ganz schön schwer zu steuern alle blöcke enthalten das selbe alte müssen besonders wenn er erstmal der maximale bereich der form das ist eigentlich relativ gut für drag races wenn er sich an der sträder kommt kommt und gewohnt und ich sehe gerade den rekordierten der überweisen bomben ja weil hat sie wenn es läuft dass alle boxen das gleiche item enthalten und das ist halt diesmal bomben aber ich will weiter müssen upgrade upgrade leute upgrade und auch so hat den jets da wieder auch hier gibt es nur noch item ich habe mit cd davon also ich habe so eine hörspielversion davon bei meiner oma liegen es gibt eine die szene in der die szene in der war sein name blender oder bender neben das aus der rote typ wurde er wurde er als open sein die wir nicht in dem hörspiel drin pender genau die ist nicht in dem hörspiel das hat mich immer verwirrt weil ich den film im kino gesehen habe mit meiner oma ich glaube deshalb hat sie mir auch das hörspiel gekauft weil sie da sie wusste dass ich den mochte hey dann musst du filmen also kaufen wir den hörspiel dazu nicht nimmst du selbst nein keine dvd ich hab mir damals diesen helfer wie hieß das ding helfer bot den er hatte aus dieser kaffeetasse ach du meinst diesen kleinen ist ein kleiner helfer dinges ich weiß nur noch der 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 böse wicht nennt ihn die bescheuerte kaffeetasse er in das baukschein ist kaputt schon wieder ein wenig ist da und jetzt da das gute flug einschaften auf jeden fall in den nächsten wächst da weg du bist andere sind längster ich glaube auswürdig töten weißt du was richtig spaß macht hier entlang zu heizen mit diesem power up mit dem overcharge haha du kriegst mich niemals niemals jetzt wird zurückgeschossen jetzt halt nicht jetzt wird zurückgeschossen ich bin jetzt auf schießt mit even more disturbing facts und die scheinwerfer kommt wieder wie fertig ja leider geht es gerade nicht aber ich krieg der heilung aber ich will überleben i will survive okay das reicht ich werde überleben nein ich werde sie töten mr bond woher wird mich niemals niemals Oh mein Gott, jetzt, jetzt, ich bin so bereit, wo bist du, wo bist du, mein Freund, oh mein Gott, it's time, ich mach dich jetzt so kaputt, ne, ich versuche einfach, du mir zu kaufen, ich werde von dir flüchten, ich versuche eben, war er doch noch hier, ich, ich glaube Glurax sinkt gerne, ja, glaube ich auch, Oha, oha, ich glaube, da ist mein Dings nicht so gut, Okay, es wird Zeit für Windschatten, Yo, let's go, hey, ho, let's go, Von der Fähigkeit, Oh mein Gott, Wie hast du da vorne geflogen, Ah, natürlich, ich steppe gerne, Ha, zweiter, Glaube ich, Ja, ja, zweiter, Aber siehst du, macht doch Spaß das Spiel. Das ist jetzt auch so, glaube ich, die letzte Runde oder so. Vielleicht noch ein, zwei Runden. Dann gucken wir, wenn er noch online ist. Kommt der Stream auf YouTube? Also der FCU-Stream auf jeden Fall bei Kirby Airwild muss es mir noch überleben. Grundsätzlich spricht nichts dagegen. Also, ja, wahrscheinlich schon. Ich werde halt den Anfang ein bisschen wegcutten, wenn wir halt direkt ins Geschehen gehen. Ich kann, solange es mir nicht nachhaltig, wenn ich das Thumbnail-Reuse vom letzten Mal... Oh, bist du kaputt? Ja, ausgedrückt hat sich gerade selbst zerstört. Er hat SD'd! Er ist der SD-König! Was ist denn da? Er braucht das neue Kart. Hey, der Bulg-Star! Nein, er schnappt sich die Wing-Star anscheinend. Ich bin unten. Ich bin unten. Ich bin unten. Okay, jetzt will ich mal die legendäre Airwild-Maschine. Also suchen wir nach den Boxen. Also da ist eine Box. Theoretisch. Wie bei der Linken ist er denn noch? Gott, ich will doch einfach nur zu der roten Boxen, ne? Der Wing-It-Star ist dafür auswährend. Oh, das ist schon mal nicht die Box mit dem Item, weil sonst wäre die nicht verschwunden. Nun gut, suchen wir weiter. Also meistens sind die hier... Ich weiß, wo die nicht meistens sind. ...die Boxen mit den Mitteln bei unüblichen Plätzen, wo halt die normalerweise nicht auftauchen würden, die roten Kisten. Äh, also hier. Scheiße. So ein böses Wort. Ich muss mir gleich den Mund mit Seife auswaschen. Okay, in die Boxen ist verschwunden, also ist sie nie. So, dann würde ich sagen. Fuck. Runter hier, gucken. Ist hier was? Hier ist eine Box. Theoretisch. Nehme mal durch die U-Bahn. Nein, nicht schlafen. Nicht schlafen. Okay, das sieht sehr unüblich aus. Zipju stirb! Normalerweise kenne ich das eher, dass die roten Boxen da sind, wo man halt wenig hinfährt. Also sprich hier unten, da oben. Hier der Rand, um den Vulkan herum. Deiner bleibt es erschienen. Oh shit. Deiner bleibt. Es ist hoho, ich hab den noch nie besiegt. Ihr müsst dann noch weg, bis dann, ihr müsst auf den Kopf zielen. Viel Spaß beim Handen, Blurak, viel Spaß. Du wirst deine goldenen Eier noch finden. Hier kommt Kölb. Aber das sind es natürlich, wenn ihr Bomben habt oder Gordos und dann auch den Kopf damit zielt. Speed, wo ist Binobleck? Oh, das ist weg. Wo fahr ich eigentlich hin? Ja, das war ein bisschen klein. Oh mein Gott. Hilfe. Es geht hier ab. Habe ich mir eine mitgegeben, so. Okay. Wie gesagt, der kommt mit seiner Schachstelle, nicht der Körper. Immer die gleiche Scheiße, ne? Und erinnere, sucht sich auch die Windstar. Oh, er hat mich angefahren. Ja. Eine Maschine, nur du. Und Oswin hält sich davon ab, eine neue Maschine zu suchen. Nein, jetzt hat er dir auch die Windstar. Ich kann den Scheiß hören. Ach, nee. Oswin ist aber auch super Trigger irgendwie. Ja, zwei Life Purpose Mädchen. Weg mit euch. Explodieren. Buff. Brennefeuer, Brenne. Achso, ich habe mich übrigens selber abgeschossen. Deshalb hat er gerade angezeigt, dass ich grün verletzt habe. Und außerdem kommt noch dazu, dass die Boxen erst viel später spawnen. Eventuell ist sie jetzt eine da. Meine Güte. Darf ich jetzt mal darauf hier? Oh, noch eine Maschine. Sehr viel Bescheid sind hier. So. Weg. Weg. Wee. Und Boost. I got Boost Power. Wer dann gewonnen hat, können die Zuschauer ausknobeln. Mit Ting-Chang-Tong. Also Ting-Tong-Tong. Ich will schon hier, dass Steinschärchen auf die Weite. Schnick-Schnick-Schnick-Schnick-Roh-Sham-Roh. Ro-Sham-Bau. Ein Felsbrocken muss erstört werden. Der ist... Bitten bei den anderen Felsbrocken. Here we go. Boah. Attacke. Weiß ich, wer es hier jetzt verstört. Egal, ich habe genug bekommen. Shit. Ich will das. Ja, Mann. Jetzt beginnt der Krieg. Um die Teile. Außerdem. Hammerberger. Hab mehr als du. Er ist mir dicht auf den Fersen, ne? Okay, gerade so. Richtig spannend hier geworden am Ende. Oh, ihr habt uns freigeschalt. Und irgendjemand hat die Riesenmaschine. Oh, Curry-Mini. Das kann ich, hat jemand mir gesagt. Ruhle! 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 Wir sind so viel gelegt wie möglich. Ruhle! 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 Ja, erinnere mich auf den Zug. Einfach ein Schwert schnappen und dann alles töten. Ja, aber das ist voll schwer, dieses Ding eigentlich. Was? Ich meine, ja, der Wing-Extar ist nicht so gut im Fahren, aber okay. Einfach alles vernichten. Kann ich für andere Spieler vernichten? Gib mir den Knight, gib mir den Knight. Ja, und jetzt. Let's go, let's go. Was, 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 was? So viele Gegner. Was, 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 was? Alter, nochmal Schwert. Here we go. Achso, ich habe kein Schwert. ich habe das andere ich bin ich finde ich war ganz gut 31 12 das habe ich damit etwas freigeschaltet irgendwo auf jeden fall auf jeden fall endlich mit habt ihr 300 meter in city 2 ok die aller allerletzte runde nein dann ist ja ich habe auf die uhr geguckt und gesagt dann ist ja gut dann ist das hat die letzte runde